Und ganz laut von der Autobahn. Den Black Forest bei Snow. Und, sehen wir noch eine Sau? Ja, mit der Osolasee Hochwasseraufnahmen wurden leider auch nichts. So ist es halt, wenn der Speicher zu voll ist. Das heißt zu voll, ich werde fast alles gelöscht und trotzdem hieß es, der Speicher ist voll. Total ärgerlich, wenn man extra hierher fährt und dann sowas halt. Freut man sich mal rauszukommen und dann sowas, ne? Kalter Wind. Habe ich gut x Aufnahmen gestern gemacht, innerhalb von Sekunden. Es ist dann immer wieder Speicher ist voll, Speicher ist voll. Immer wieder umsonst geredet. Total nervig. Ja, und jetzt sind wir wieder in diesem komischen Biotop. Was eigentlich nichts besonderes ist. Wie ich letztes Jahr Juni hier war, da war alles voller Teichlinsen. Und jetzt hier mit Hochwasser. Die Teichlinsen haben sich mehr nach hinten verzogen. Freitagabend, der Feierabendverkehr. Ja, was heisst denn am Abend, das ist am Nachmittag. Oh ja, langsam halt. Jetzt wird ja immer noch früh dunkel. Ah ja, geht halt. Es ist zwar ein sehr schmales Biotop, aber zieht sich in die Länge. Das andere, was wir gefilmt haben, das ist dafür breiter. Ich kann jetzt auch schlecht urteilen, was jetzt größer ist. Also das andere kommt mir größer vor, vor allem durch das Hochwasser. Ja, Tito war schon jetzt auch. Da kann ich jetzt schlecht urteilen. Kann er dann auch mal wieder so einen Stock nehmen. So. Ja, dunkle Wolken ziehen auch auf. Kommt der Schnee nach hierher? Letzte Nacht hat es auch ein bisschen geraschelt auf meinem Fensterdach. Und hier sehen wir, was in diesem Naturlehrpfad alles lebt. Das habe ich letzte Saison auch nicht gezeigt. Ja, genau. Nicht so genau gezeigt. Ich kann uns lesen oder Brille aufsetzen. Was mir schon gestern aufgefallen ist, was ich ziemlich geil finde. Da hat jemand Weiden hingesetzt. Die geben eine ganz gute Optik hier ab. Die waren letzten Sommer noch nicht da. Da hat sich wohl einer doch mal wieder hier gekümmert. Dafür, dass es hier etwas verwahrlost wirkt. Versuchen wir mal rüber zu kommen. Dass es in den Gummistiefeln passt. Ja, die versinkt halt schnell bei dem Summen. Da hinten geht es auch noch mal weiter. Dort auch. Das ist auch nur ein kleines Stück. Ja, das ist schon hübsch. Oh, noch drei Minuten. Die Zeit verging ganz schön flott. Jetzt gucken wir den jetzt hier am besten durch. Oh je. Ist doch etwas größer, als es von außen wirkt. Und was denkt ihr, was da drin lebt? Großer Amphibien und Glutegel. Gleich den Stock. Das können wir jetzt noch auf die Stelle machen. Wir gehen auch ein bisschen rein. Ein bisschen Fransche. Die letzten zwei Minuten. So. Hui. Und. Nicht ganz so tief wie das andere Biotop im Wildschutzgebiet. Halber Meter. Und noch weiter. Ja. Ich denke, dass es ein ehemaliger Fluss war. Da klatschen bestimmt auch als mehr gerne die Sauen. So. Und. So. wie viele Zentimeter. So. Sogar weiten im Wasser. Da muss wohl letzten Sommer nochmal so eine richtige Wasserknappheit gewesen sein, Wasserarmut. Ihr habt es ja gesehen bei den Kanälen, bei meinen Sommervideos, da war das bestimmt hier mal fast ausgetrocknet und da meinte einer hier Weiden hinzusetzen. Naja, war wohl doch nicht ganz so schlau. Aber die ist cool, muss ich schon sagen. So, hui, da läuft schon Wasser rein. So, und? Na, das ist doch nicht ganz so tief wie das andere Biotop. Bis jetzt. Beim anderen Biotop habe ich ja schon von so einer Distanz schon, glaube ich, einen Meter gemessen. Da konnte ich ja nicht mal am Anfang so stehen wie hier. Da wäre ich komplett versunken. Mit Wasser und Stiefel. So, das reicht jetzt mal. Nice genießen. Bis jetzt. So, ich habe gerne. Okay, dein drastisch.